Aufklärungswander, Herr HQ, Status Breichs, kommen! Herr Friedrich 1, keiner weiß, dass wir hier sind. Ich bin auf den Kombinat getreten. Die Aufklärung läuft hervorragend. Herr Friedrich 2, ich habe den Überfolggenerator zu führen. Wir sind jetzt komplett unsichtbar. Ich habe noch ein Weißnaus in den Fluss getreten. Tut mich aber nicht glücklich. Das waren drei Ideische Pläne. Sind nicht drei hier? Gott, Gott, ich hab ihn in meinem Kopf mit! Verstanden, weitermachen mit Operation Ninja und denkt daran, Heimlichkeit ist optional.